Norddeutscher Rundfunk Sie haben eh mit meinem Vater gehört? Ja. Angehörige Wohnung? Das ist illegal. Schau aus, Buhren! Erst dran an! Erst dran an! Das ist der Herr Hausverwalter. Folgendes. Packt euch zusammen. Erstens haust es hier da herinnen und das ist verboten. Und zweitens hast du meinen Fender gefladert. Was? Was soll denn das hier? Hey, Alter! Jetzt hat es gesehen worden. Nein, er ist gesehen worden, wie er meinen Fender rausgezahlt hat. Hast du ein bisschen Geld gebraucht, gell? Und hast du gesagt, du verzeihst meinen Verstärker. Der hat ja eh so viele. Steppert, Alter! Was ist mit dir los? Das ist genau so, wie ich gesagt hab. Auf alle viele Nächte, ich ziehe da herinnen. Und allein nicht das, das reicht mir schon. Ja und, wir zahlen ja Miete. Erst das Geld dir nix an. Kommt! Geh mal schauen, sonst wenn er kommt. Schau, gegen die habe ich eh nix. Gegen euch zwar auch nicht, ja? Nur gegen er, wir zahlen nicht Miete in einem Proberaum, wo einer drin haust und fladert. Und Gitas gibt es jetzt nicht, oder? Jetzt reicht es mir aber! Kommt! Das Zeug sich nicht raus! Kommt! Alter, du bist echt ein schöner Trottl! Schau mal, das wird schon! Scheiße, was macht man jetzt? So ein Sackfliss! Und wir können nicht nochmal über das ganze reden. Reden? Reden könnt ihr mit der Polizei. Ich hab nämlich eh schon eine Anzeige gemacht. Ich würd euch da alle nimmer sehen. Ist das klar? Nein, ich glaub, ich wär nimmer. So ein Arschloch! Ob eh gewusst, dass irgend so eine Linke kommt. Geh, das wird sich schon klären. Kacke! Mann, das hat eh nichts zu mörden! Mann, das hat eh nichts zu mörden! Mann, das hat eh nichts zu mörden! Mann!